Von Luke Broward Kommunikation ist alles Borussia-Trainer Daniel Farke in einem Gespräch mit dem Sportdirektor Roland Wirkus als Teil des Schauinsland-Reis-Cup in Duisburg am 17. Borussia-München-Gladbach stört den Kader für die Saison 2022-23 weiter. Mit den Verpflichtungen von K.O. Itakura und Oskar Fraulo sind zwei verschiedene Mittelfeldakteure bis zum unteren Rhein gestapelt. Der Sportdirektor Roland Wirkus ruhte sich aus, weil die Fans voller Lob für den Transfer des japanischen Itakura, Königreichs zum unteren Rhein waren. Sternanzeige Sicherstellen Sie den aktuellen Gutschein für Borussia-München-Gladbach-Fanshop im Express-Gutschein, Portalstern. Farke Transfer ist ein Teil davon, um ein wenig Luft zu haben. Aber es gibt immer noch viele Fragenmarken, die im Raum nicht erklärt werden können. Vor allem die abgelaufenen Verträge von vielen Top-Stars in den Fischern, zumindest die Fans, bereiteten viele Kopfschmerzen. Wie viele Unterstützer verwandeln jetzt den Fußballgott, um den Vertrag von Jonas Hofmann und Jan Sommer zu erweitern, und ob Wirkus auch ein großes Geheimnis bleiben könnte? Zumindest im Fall von Jan Sommers Personal scheinen die Zeichen die Möglichkeit einer Erweiterung zu zeigen, wenn die Gerüchte aus Frankreich vertrauenswürdig sind, so eher in Nizza gibt es kein Vertrauen mehr an den Torhüter. Umgekehrt scheint Wirkus eine große Überzeugung in der Legende von Torhüter Gladbacher gemacht zu haben, der das Potenzial in der Zukunft hat und sie mit Vertragsangeboten bis 2026 unterstützt. Aber mit der jüngsten Abfahrt von Breel Mbolo nach Monaco, die mehr als 12 Millionen Euro in den Gladbach, Kassierer-Rot war und mit Gerüchten über die Verteidigung von Alessane gepaart ist, stellt sich nun die Frage, ob Borussia noch ein oder zwei Offensivkräfte einsetzen kann. Trainer Daniel Farke hat sich auch nicht der einen oder anderen Stärkung des Sturms widersetzt. Ich bin sehr sicher und hoffe, weil ich weiß, wie unsere Arbeit verantwortlich ist. Sie arbeiten daran, immer das beste Team zu vereinen. Manchmal beinhaltet dies auch eine Übertragung, um ein wenig Luft zu haben. Ich bin sehr zuversichtlich, dass alles dafür verantwortlich ist, alles zu tun, was wir nach Möglichkeit für uns eine neue Qualität gewinnen können. Folgen Sie uns auf Instagram, Gladbach live. Er fuhr fort, aber ich bin kein Trainer, der steht und fordert.